Ich kenne dich! Wie geht's dir als Haus? Und ehrlich zu sein, dank meiner Feinde ganz gut und dank meiner Freunde schlecht. Du meinst im Gegenteil, dank deiner Freunde gut? Nein, schlecht! Wie kann das sein? Sie finden mich toll und machen mich so zum Esel, während meine Feinde mir ganz deutlich sagen, dass ich ein Esel bin. Das ist sozusagen wie beim Küssen. Viermal nein gibt es zweimal ja. Schön! Nein, leider nicht! Selbst wenn ich es mir erlaube, Sie zu meinen Freunden zu zählen... Ach ja, das soll natürlich nicht zu deinem Nachteil sein. Hier bitte, das ist für dich. Wenn doppeltes Spiel nicht gleich falsches Spiel wäre, könnten Sie Ihren Einsatz einfach verdoppeln. Ach ja, das ist ein sehr schlechter Rat. Euer Gnaden könnten so gnädig sein und sein Fleisch und Blut tief in die Tasche greifen lassen. Dann sündige ich zwar und spiele falsch, aber hier bitte Hurra, das ist für dich... Oh! Alle guten Dinge sind drei. Im Dreiviertel-Tank tanzt es sich am besten. Und so dritt ist es überhaupt nicht so. Ja, ja, ja! Nee, 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 nee! Wer kannst du mir nicht aus den Rippen leiern? Pass auf! Sag deine Herrin, dass ich hier bin, um mit ihr zu sprechen. Und bring sie mit hierher. Dann hast du wieder bessere Karten. Und solange ich weg bin, können Sie die Karten schon mal mischen. Ich muss mich nicht. Ich muss mich nicht. Ich muss mich nicht.